mal wieder habe ich eier bekommen na ja und 15 plus 15 freundschaft das ist ja das wichtigste so aber wir brauchen noch mal kupfer und sind und das noch mal bestimmt gleich jede menge ich weiß nicht wie viele lampen wir bauen sollen es wurde verunreinigt ich habe ja nicht nur die tritt stehen da straßenlaternen zwei leitposten so zwei straßenlichter muss ich wirklich wieder fahren gehen so elevator elevator 200 hier schon mal ein bisschen was ja ich brauche ich und sand brauche ich gleich noch ganz viel datadisc brauche hier auch noch ein paar zack zack so viel kupfer und sand ist gut hallo sind kupfer sind kupfer immer dieses gebuddel hier noch eine datadisc boing 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 doing doing haben wir hier wieder löcher gekramen wie blöd und der datadisc da auch noch da auch noch so wenn wir gucken nächstes kupfergebiet hier da das ist schönes gebiet das gefällt mir das nehme ich oh habe ich einen tunnel gegraben oh voll großen tunnel äh ja hm gibt es hier noch irgendwo was naja da gibt es noch was oh noch eine datadisc kann ich die auch schon abgeben sand wie viel sand habe ich 37 da brauche ich auch noch ein bisschen mehr an und für sich und in erster linie brauche ich kupfer und zinn hallo hallo da ist doch eine schöne ader boing 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 das ist gut Sinn habe ich ja noch kupfer brauche ich glaube ich am meisten bald schon na da nochmal ein tunnel gegraben boah guck mal hier überall irgendwo durch zack 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 acht datadisc habe ich jetzt schon zack 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 na ich glaube ich gebe auch meine energie zu ende das reicht dann auch erstmal na kann ich auch noch umbuddeln na bis zu einem bestimmten grad geht alles fauddeln wir mal hier weiter na sand erde dreck schön schön sand brauche ich auf jeden fall noch so jetzt ist jetzt kann ich aber auch nicht mehr jetzt habe ich auch mal alles verbrauchend wieder hier jetzt können wir erstmal gucken jetzt können wir erstmal wieder gucken dass wir jetzt erstmal alles irgendwie hingestellt das ist auch fertig so das ist auch schon mal fertig bronze pipes copper wir brauchen für die streetlights brauchen wir immer ein körper wir brauchen zwei stück das hat zwei körper war jetzt das ist schon mal nicht schlecht das habe ich noch übrig so glas brauchen wir dafür können wir ein paar körper war jetzt schon mal hinstellen körper war jetzt so dann brauchen wir brauchen wir glas noch mehr glas bronze pipes brauchen wir drei stück jeweils so setzen wir noch mal zehn stückte auf das nehmen wir noch mal mit so das kommt woanders hin stein kommt auch woanders hin die studie ist zwölf konnten konnten wir hier hinten glaube ich hier kommt die nachher raus okay komm her jetzt haben wir hier und da war es Fischsteo immer noch der Fischsteo dann bringen wir erstmal das Fiber Close weg so damit haben wir das dann auch schon mal hinter uns haben wir bei Emily auch schon wieder Pluspunkte was habe ich da jetzt associate so schön das hat ein Herz voll sehr schön das ging schon mal gut so step two straße nicht da eigentlich wollte ich auch noch mal angeln zwischendurch aber das ist jetzt auch noch nicht gekriegt was die Windmühle ich hatte noch nicht bis hierhin schon ganz schön krass glas so da haben wir schon mal glas für die beiden straßen nicht da zusammen zack gut nein äh ja brauchen wir nur noch Bronze Pipes mal Holz nachfüllen ja oha war aber auch Zeit so habe ich schon mal Copper Wire ich brauche jetzt erstmal ich ziehe jetzt erstmal canceln ich brauche hier drei Stück für eine ne brauche ich noch mehr Bronze ich brauche hier mehr Bronze craften 9 uah ich brauche so viel die Eier können wir mal wegpacken oh ja ja wir brauchen mehr Eier 25 Eier 25 Eier naja Bronze Schwert wollte ich auch noch mal verkaufen ne jetzt ist es auch schon zu spät kann ich schon wieder ins Bett gehen hier kann ich sowieso keine stamina mehr hui dann können wir wieder raus gehen gute morgen gute morgen gute morgen Sonnenschein keine Post so ist immer noch das ja mein Glas da sind die Pipes fertig so zack nein hier war das treffen habe ich schon mal eine schon mal gut brauche ich nur noch mehr mehr von allem mehr Bronze mehr alles so hätten wir jetzt schon mal das hier kräft so hätten wir jetzt schon mal das hier ja schon mal eine fertig wenigstens schon mal besser als nichts guten morgen so ja die schwere labbe hier komm bauen wir die mal auf zack ach jetzt ist man sein Tisch auch da ja hier noch mal gucke zack noch mal ein auftrag drauf so mal gucken rollo Antoine ja let's there be light ich denn hier noch 5 glasses 5 glasses 800 270 ein aran ah 13 leder 2 rubber tires fix the lift ok gut dann gehen wir jetzt noch mal schnell ja die die data desks da weg bringen hallo 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 wir so viel hallo wir wieder so viel aufdrücke hallo es ist so flauschig ach nee das war was anderes war ja was anderes so flauschig hallo hallo martha martha chatten so da bringen wir jetzt erstmal die data testen so hallo paula wo bist du denn da nicht da ist sie pet war nicht paula ok wait for die abends so jetzt müssen wir gucken dass wir noch die lichter machen ich freue noch so viele hardwood planks dann wieder wenn ich sehe ironwood planks die ironwood planks ja das ironwood habe ich ja die 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 war dafür habe ich sogar schon mal schon die kohle zusammengeschmolzen ich mir so was ich schon gedacht habe so ok wabba wabba teier bronze bar brauche ich dafür super dafür naja bringt geld ja so das gummi kann weg das kann weg das brauche ich wenn wood planks kann ich gar nicht bauen verdammt wie mache ich allen wood planks live comforts small silicon pool there are a lot of strange things in the ruins ok schön aber wie hardwood planks habe ich ja kann ich ein bauern wenn wurden plank ja danke verdammt da muss ich noch mal gucken also da muss ich ja wirklich noch mal die beiden wurden kriegen kann ich die denn bauen jaja 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 jajaja jaja jajajjjjjja jaja 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 h saw simmer einmal durchheizen und dann passt das schon so sortieren das kommt auch erstmal weg das kommt auch erstmal weg sortieren hier auch einmal sortieren iron wooden planks verdammter miss so muss meine lichtanlage hier so das ist die ersten lampen verdammt jetzt hängig hinter die ersten lampen sind fertig wie mache ich jetzt einen wurden planks was müssen reputations points wie sieht es denn aus da und 697 ok huch nein falsch eigentlich war das falsch die kann ich dann auch noch mal zu pet war bringen iron wooden planks so 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 so